Ahrensburg Ahrensburg ist eine Stadt in Schleswig-Holstein zwischen Lübeck und Hamburg. Sie ist die größte Stadt des Kreises Stormahn. Hintergrund Die Geschichte der Stadt geht zurück ins 13. Jahrhundert, um etwa 1200 wurde die Arx Ahrensburger, auch Burg Ahrensfelde genannt, gebaut. Aus den Steinen der Burg wurde später das Ahrensburger Schloss errichtet. 1867 wurde das bisherige Gutsdorf Woldenhorn eine selbstständige preußische Landgemeinde und benannte sich in Ahrensburg um. Mit dem Bau der Eisenbahnlinie von Hamburg nach Lübeck im Jahre 1865 wurde Ahrensburg zu einem beliebten Ausflugsziel im Hamburger Umland. Der Ansturm von Siedlern aus dem Hamburger Raum führte zum Entstehen der heutigen aufgelockerten Siedlungsstruktur. 1949 erhielt Ahrensburg das Stadtrecht. Von nur 8.270 Menschen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war die Einwohnerzahl bis zu diesem Zeitpunkt auf 17.775 durch den Zuzug ausgebombter Hamburger und durch zahlreiche Flüchtlinge aus dem Osten Deutschlands gestiegen. Die Infrastruktur der Stadt wurde stark ausgebaut. Zugleich siedelten sich zahlreiche Betriebe am Stadtrand an, die Ahrensburg zu einem bekannten Wirtschaftsstandort in Schleswig-Holstein machten. Mit der Bahn am Halten, Hamburg, Lübeck und Die Fahrzeit vom Hamburg Hauptbahnhof beträgt ca. 25 Minuten. Die Hamburger Urbanlinie fährt zu den Bahnhöfen und Mit dem Bus Fernbusse haben Ahrensburg noch nicht entdeckt. Die nächstliegenden Fernbushaltestellen sind der und der Auf der Straße Ahrensburg liegt etwa 7 Kilometer von der Ausfahrt der entfernt. Vom Zentrum Hamburgs nach Ahrensburg hat man zwei Optionen. Entweder über die und die, das sind ca. 33 Kilometer, oder über die staugeferdete, ehemalige B75, das sind ca. 25 Kilometer. Die Autobahnverbindung ist allerdings die schnellere. Mobilität in Ahrensburg gibt es einen recht gut ausgebauten öffentlicher Personennahverkehr Linienverkehr. Alle öffentlichen Verkehrsmittel, Regionalverkehr, U-Bahn und Busse, sind integriert in das Netz des Hamburger Verkehrsverbundes, HVV. Das flache Land, die überschaubare Stadt und die ansprechende Umgebung sind Idealgebiete für kleine und größere Fahrradtouren. Wer sein eigenes Rad nicht dabei hat, kann sich eines leihen bei Aktivitäten Das Naturbad liegt idyllisch westlich des Ortes. Eine kleine Insel im See lädt zum Spazierengehen ein. Einkaufen Das Amrondel bietet eine gute Auswahl in vielen überwiegend inhabergeführten Geschäften. Das bietet eine große Auswahl. Praktische Hinweise Ahrensburg hat keine eigene Tourismusinformation. Ansprechpartner ist das Tourismusmanagement-Stormann im etwa 22 Kilometer entfernten Bad Oldesloe. Ausflüge Hamburg Bargteheide Bad Oldesloe Lübeck und an die Ostsee nach Travemünde An die Ratzeburger Seenplatte und das Biosphärenreservat Schalsee Neben den alten Fachwerkstädchen Ratzeburg und Mölln bietet die Gegend viel Natur mit Badeseen und Spazier- und Radwegen. Ausflüge